Ja, hallo lieben, Christian hier nochmal ganz kurz. Ich wollte nur sagen, ich bin endlich im Ruhrgebiet, falls ihr Lust habt, mich nochmal live zu sehen. 15.10. im Essen, im Unperfekthaus und was mache ich da? Eine Lesung, aber nicht nur aus meinem neuen Buch, also lustige Veranstaltung, wo ich verschiedene Sachen lese aus meinen Büchern, vielleicht aus meinem, was ich gerade schreibe, schon mal irgendwie was mache, ein bisschen was erzähle, eure Fragen beantworten, meet and greet, falls ihr, keine Ahnung, irgendwie mit mir mal kurz quatschen wollt oder irgendwie sowas, ist das die richtige Geschichte. Ich packe den Link mal unten drunter und würde mich freuen, wenn wir uns da sehen, Karten sind natürlich extrem begrenzt, logischerweise.